Und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ja, wir befinden uns jetzt noch an dem Ort, an dem wir letztes Mal die gute Fia getötet haben. Ich denke mal, sie hat sich anders verdient, wenn sie halt andere Leute mit in den Tod reißt. Zumindest habe ich das so verstanden. Daher gehen wir jetzt hier weiter, wo auch immer das hier hinbringt. Nach oben. Ja, okay, das muss aber nichts heißen, ne? Die Richtung. Mal gucken. Bin gespannt, wo wir rauskommen. Also das würde heißen, in den Bergen wieder raus. Oder nochmal ein unterirdisches Gebiet. Das kann natürlich auch sein. Bin gespannt. Lendl? Könnöglich Hauptstadt? What? Okay, warte mal. Wo sind wir hier? Ich tue mir erst mal rein. Okay, das ist aber ein Ort, da wo wir noch gar nicht waren, oder? Das ist doch nicht der... Oder ist das hier da vorne, wo wir gespeichert haben, sonst immer? Doch, hier waren wir schon. Da müsste der Ort der Gnade sein. Okay. Dann war das jetzt auch gar nicht so krass. Ne, gar nicht. Hier nicht. Hier sind wir mal hingelaufen. Aber da, warte mal, da ging es doch weiter dann, oder nicht? Sind wir immer in den Fahrstuhl rauf? Auf jeden Fall waren wir hier schon. Hier habe ich mich das erste Mal gefragt, ob das Sand oder Schnee oder Asche oder sowas ist. Ja, okay, dann haben wir hier tatsächlich auch alles abgeschlossen. Dann ist das einfach nur ein Weg zurück gewesen. Das erklärt mir aber immer noch nicht, wie ich zu dem Ursprungsort hinkomme, wo ich eigentlich hinwollte. Nämlich hier hin. Also, wie komme ich da oben hin? Das ist doch hundertprozentig begehbar. Ich bote mich nochmal ganz kurz hier runter. Ob ich da irgendwie was sehe. Vielleicht gibt es ja sogar noch einen Fahrstuhl, den ich übersehen habe. Da oben, da kann man hundertprozentig hin. Da gibt es ein ganzes Plateau und diese große Halle da oben. Das geht hundertprozentig. Aber wie? Das ist das Problem. Ja, gut. Dann sind wir hier tatsächlich erst mal durch. Keine Ahnung, ob ich hier oben irgendwas verpasst habe. Gibt es hier vielleicht noch wirklich irgendwo einen Fahrstuhl? Eigentlich nicht, ne? Das haben wir schon alles hier gründlich durchsucht, denke ich mal. Ach ja, genau. Richtig, da hast du gerade mal so. Warte mal, hier ist ja ein tiefer Brunnen von Siofra, aber das ist der hier. Also noch, ja genau, noch einen Fahrstuhl wäre auch komisch. Das hier und das hier gibt es halt. Den hier. Aber dann gibt es tatsächlich nicht noch einen weiteren. Okay. So, was wollte ich machen? Okay, einerseits. War das hier? Ich habe Hayetta nochmal gefunden. Und das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her. Ich glaube aber, das war hier, wo sie mir begegnet ist. Und da haben wir tatsächlich auch schon längst das Item für, was wir geben können. Das ist nur die Frage, ob sie jetzt noch, ob sie jetzt überhaupt hier ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, sie wäre hier gewesen bei meinem letzten Spielstand. Aber nee. Mist, das war aber irgendwo hier, meine ich. Oder das war weiter hier vorne. Ich musste mal ganz kurz gucken. Auf jeden Fall habe ich einen anderen Spielstand, Hayetta, hier nochmal wiedergefunden. Und habt ihr dann das Item gebracht, was wir ursprünglich hier unten, ja hier oben finden konnten. Und da ist mir auch aufgefallen, das ist die Fingerleserin oder die, weiß ich gerade gar nicht mehr. War das eine Fingerleserin? Wie heißen die da nochmal? Auf jeden Fall, dass die auf jeden Fall, diese Maiden, die da oben war, die da war schon tot. Auch bei unserem ersten Besuch. Hier ist aber auch sonst kein, kein Burg, keine Burg, kein Gebäude und so. Also demnach müsste sie eigentlich da vorne sein. Ja, oder das ist jetzt halt bei mir versaut, dadurch, dass ich schon irgendwas, eine andere Quest gemacht habe oder sowas. Vielleicht liegt es auch daran, dass die jetzt nicht mehr hier aufgetaucht ist. Wäre natürlich schade. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die hier getroffen habe, in diesem, in dieser Kirche, dass sie hier irgendwo stand. An der Säule oder so. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Das ist jetzt Mist. Schade. Vielleicht haben wir Hayatas Questline jetzt wirklich nicht mehr geschafft, weil wir schon irgendwas gemacht haben. Aber mich hatte das ja generell gewundert, dass sie auch noch an der anderen Stelle war. Hier unten. Wohin waren wir das letzte Mal begegnet? Hier. Aber hier steht immer noch Lichtpilgerin Hayata. Warte mal, vielleicht müssen wir nochmal mit der reden hier an der Stelle. Vielleicht musste ich da nochmal irgendwas belabern. Dann musste man erst im Ort der Gnade sein, mit ihr da nochmal reden. Vielleicht habe ich das einfach noch nicht gemacht und deswegen steht auf jeden Fall noch hier. Ups, nee, nicht machen. Ah, ist das du da oben da oben? Ich habe etwas sehr wichtiges, natürlich, dankbar zu dir. Der Grund, warum es die Augen war, die ich zu essen musste. Die distantene Nacht ist weit und schade. So schade, dass es nicht durch den schade Augen sieht. Aber mit allen Augen zusammen, es scheint. Endlich. Es macht Sinn. Ich bin sicher, dass ich jetzt. Ich werde eine Fingerjungfer sein. So heißt es. Ich habe jetzt etwas sehr sicher gemacht. Ja, gut, jetzt hat sie sich entschlossen, obwohl das eklig war mit den Augen essen, eine zu werten. Und jetzt müsste sie vielleicht dann hier oben auch auftauchen. Da hatte ich die Questline einfach nur nicht weit genug getriggert. Ja, genau, richtig. Kann ich mich richtig erinnern. Die hatte ich nämlich hier dann gefunden. Oh, hallo. Ist das du da oben da? Hast du schon gehört von Fingerprint Grapes? Sie sind speziell Grapes, die nur auf diejenigen, die von den Fingern geschenkt wurden. Ich würde wirklich gerne versuchen einen. Die distantene Licht sieht weit entfernt als vorher. Aber ich kann nicht mehr so ein Ding aus den usualen Grapes. Bitte. Kannst du eine Fingerprint Grapes an mir? Without eine, ich weiß nicht. Ich fühle mich, dass ich mich verrückt bin. Äh, nee, noch nicht. Das machen wir gleich, aber ich möchte nochmal ganz kurz reinschauen. Ich finde es auch cool, dass sie sagt, diese verbrannten Finger. Und so wirken die meisten Finger, die wir ja finden, auch alle. Die haben hier überall diese Narben und so weiter. Das wirkt ja mega wie Brandnarben. Als wenn die irgendwie mal verbrannt worden sein oder so. Äh, das ist diese hier. Die haben wir nämlich da oben gefunden. Die ist nämlich so vom Wahnsinn durchtrieben. Deswegen habe ich auch ein bisschen Angst, sie zu geben. Der gelb entzündete Augapfel des Ritters Weig. Von einem grässlichen Fingerabdruck bedeckt ähnlich denen, die seinen ganzen Körper entstellten. Und Weig war der NPC, der uns vor dieser Kirche da invaded hat. Der konnte dann nämlich auch diese, ja, diese, keine Ahnung, diese Wahnsinnszauber. Er bietet mal, ähm, doch, bietet man ihnen der blinden Jungfer an, führt es sie zur Quelle des entfernten Lichts, sodass sie Fingerjungfer werden kann. Ja, keine Ahnung, also das scheint uns auf jeden Fall, vielleicht sogar noch irgendwo hinzuführen. Achso, das können wir alles skippen. Eine Fingerabdrucktraue überreichen. Oh, eine Fingerabdruck, versucht und wahrlich, was eine Wunderschöne, eine Fingerabdruckt. Eine Fingerabdruckt. Oh, wie süß. Aber wie es kiegt. Danke. Ich habe mich wieder composed. Dankeschön. Okay, das passt. Jetzt setzen wir uns mal ganz kurz ran. Ob die weg ist? Ja, okay. Da brauche ich auch nicht nochmal mit der reden. So, jetzt keine Ahnung mehr, wo die jetzt als nächstes auftaucht. Das wäre jetzt natürlich wieder interessant. Die wird uns wahrscheinlich weiter bringen. Also, verfolgen wir das einfach mal. Hier ist sie das erste Mal aufgetaucht. Dann hier. Ne, warte mal. Hier vorne. Da ist sie auch schon mal aufgetaucht. Irgendwo in diesen Ruinen. Dann hier. Und dann hier oben. Scheint sie jetzt Leonie durch quer zu haben. Und müsste an sich als nächstes hier auf dem Weg zur Hauptstadt irgendwo auftauchen. Würde ich mal schätzen. Das ist jetzt ein Wild Guest. Ich will einfach mal hier hin zu porten. Und jetzt einfach mal die Hauptstraße lang zu reiten. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht ist sie ja hier irgendwo. Das hier ist ja auch alles wildes Wurzelwerk. Kann man die eigentlich runter? Ja, okay. Aber hier ist nicht das hier. Ich weiß gar nicht. Aber letztes Mal, als ich hier war, auch schon gecheckt hatte. Aber das wirkt so mega. Als könnte man... Nein, das ist sogar Licht. Könnte man hier irgendwo den Wurzel noch runter in so ein neues Gebiet. Was richtig cool wäre. Ja, über die Wurzel. Ja, nee, doch nicht. Aber da unten ist irgendwie Wasser oder so, habe ich das Gefühl. Ich meine, es regnet hier auch ein bisschen rein. Na gut. Dann nehmen wir mal den großen Aufzug. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht Hayetta da oben irgendwo rumlungert. Ich frag mich, ab wann sie so auf der Karte auch angezeigt wird. Wahrscheinlich erst müssen wir die zumindest sehen. Vielleicht müssen wir sie sogar ansprechen. Wenn wir uns rein durch die Welt bewegen und die geladen wird und dann schon angezeigt wird, dann wäre es echt hilfreich. Aber das bezweifle ich irgendwie. Frag mich nur, wo sie jetzt hingegangen ist. Es gibt halt keinerlei irgendwie Hinweise, wo sie denn hingehen könnte. Nur, dass jetzt, sag ich mal, so ein bisschen die Laien jetzt hier in dieses Gebiet führt am ehesten. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder, die ist diese Kirche in die Hinauf gelaufen. Das kann natürlich auch sein. Also, dass sie da ist, wo wir Weike und so besiegt haben. Bei der Jungfer, die schon tot da an der Stelle war. Ja, das müsste ich eigentlich auch wohl überprüfen. Ich werde jetzt erst mal kurz hier checken, ob ich die jetzt spontan hier irgendwo finde. Ansonsten gehe ich mal da zu dieser Kirche. Ja, das hätte ich auch überspringen können, aber... Ich finde das ziemlich episch. Wollte ich nochmal genießen. So, jetzt haben wir nämlich hier diesen Ort. So, sonst wird das jetzt nicht irgendwo hier angezeigt, ne? Da sieht er krank aus. Ruine übersetter Abgrund. Das ist ja ein interessantes Symbol. So, Moisen. Ist auch ganz gut, dass wir mal nachts hier unterwegs sind, falls hier nämlich irgendwo... Da vorne ist ja sogar ein Ritter. Ja, genau. Falls hier irgendwo ein Ritter ist, dann können wir den nämlich mitnehmen. Und da vorne ist tatsächlich einer. Das ist ja perfekt gerade. Die sind überall einfach. Und ich habe sie alle nicht besiegt, weil ich immer tagsüber unterwegs bin. Das ist echt krank. So, Moisen. Was habe ich eigentlich nochmal drin? Ich habe ja irgendwie einen anderen Gegenstand drin, außer leise schleichen. Ach, Geschick-Erhöhung, genau. Oh Mist, jetzt komme ich da nicht lang. Das war bitter. Na ja, okay. Da hat er mich besser erwischt. Obwohl, ne, der hat mich gar nicht erwischt, dass ich mein Pferd erwischt. Mist. Ist doch dumm. Da habe ich ihn wieder nicht erwischt. Aber der hat hier diesen Pflegel, den wir auch haben. Können wir auch einsetzen. Um Gift vielleicht eine zuzufügen. Vielleicht, dass er mein Pferd getötet hat, aber hat er gar nicht. Weil ich ja runtergefallen bin. Ja, ne, aber mein Pferdchen lebt noch. Aber wir haben hier eigentlich rein theoretisch auch ein bisschen was zu essen fürs Pferd. Nimm noch mal einen Happen. Jetzt bist du auf jeden Fall voll. Ja, ich halte mich noch mal lieber. Sein Pferd ist auf jeden Fall gleich down. Da können wir ein paar Mal häufiger drauf fahren. Das bräuchte ich jetzt langsam auch. Mein Gott, wo willst du denn ganz hin? Okay, er hat mein Pferd erst vernichtet. Der ist schon stärker als der Rest, muss ich sagen. Also er hat mehr Angriffskraft. Oh, oh leu. Was habt ihr denn jetzt hier? Oh ne, ich geht mir jetzt voll auf den Piss. Ja, das nervt natürlich. Dass die jetzt auftauchen. Ja, jetzt kommt er noch an. Kaufe mir nur eins drüber. Perfumäre auch noch. Ja, genau. Ich muss auf den anderen achten. Den Reiter, da kommt er. Wir dürfen auch nicht zu weit in die andere Richtung. Aber wir haben ihn zumindest vergiftet. Also in die Zeit, wo wir jetzt nicht angreifen, bekommt er zumindest Giftschaden. Das ist gut. Unser Gift ist echt krass. Den einen hatten wir jetzt auch gerade wieder vergiftet. Wie viel macht das eigentlich pro Tick? Neun. Okay, das ist ganz normale Aurillia-Stärke auf Stufe null. Okay, dann können wir ja wieder das Schwert nehmen. Haben wir Blutung zugefügt, oder was war das? Oder was ein ganz normaler Hit? Bin mir noch nicht ganz sicher. Aua. Alter, wie der mein Pferd kaputt macht, ne? Nein, nein. Ich muss mich heilen. Oh, jetzt hat er mein Pferd aber richtig zerstört. So, und jetzt der letzte Schlag. Na toll, wir treffen nur sein Pferd. Und jetzt. Oh, jetzt ist er schon tot. Okay. 10.000 Runen. Kriegsasche, geteilte Ordnung. Eine neue Kriegsasche. Äh, wo haben wir die? Hier unten. Das sind so viele Heiligdinger mittlerweile, ne? Heftig. Diese Kriegsasche verleiht eine Waffe, die Affinität heilig und folgendes Talent. Geteilte Ordnung. Ein Talent, der fundamentalistischen Ritter der goldenen Ordnung. Gewährt eure Waffe und den Waffen eurer Verbündeten in der Nähe heilige Essenz. Äußerst effektiv gegen jene, die dem Tod leben. Oh, das ist gut zu wissen. Oh. Werden wir jetzt irgendwann mal gegen Godwin kämpfen? Zur Wendung mit allen Nahkampfwaffen. Sollten wir vielleicht echt mal auf Heilig gehen? Naja, wir werden es erstmal so ausprobieren. Äh, okay. Okay, so, das war jetzt so unerwartet. Aber, die wird wahrscheinlich in irgendwelchen Ruinen lungern, oder? Einfach hier so rumlaufen. Klingt wahrscheinlich gar nichts. Wie hier der Sturmhofer. Ach, weißt du, wir machen das jetzt mal anders. Ich laufe jetzt nicht einfach die doofe Straße entlang. Ich glaube, das bringt eh nicht so viel. Äh, wir porten uns jetzt erstmal hier hin. Und guck mal, ob die hier vielleicht sitzt. Und dann supporte ich mich zu manchen anderen Kirchen. Und guck mal, ob wir die da irgendwo finden. Ja, das ist nämlich die. Die ist schon lange tot. Ayetta. So, zufälligerweise hier. Anscheinend nicht. So, wir müssen zum Beispiel auch auf einen Klangperlenjäger oder sowas. Müssen wir mal gucken. Ob wir den manchmal finden. Wir haben jetzt schon wieder Nachtende. Ich mache jetzt mal wieder Tag. Äh, Tag sage ich schon. Wir machen mal wieder Nacht Einbruch. Dass, wenn ich Porte oder sowas und irgendwo hinkomme, dass wir direkt irgendwie die Nachtgegner finden. Ja, keine Ahnung. Hier, was die Goldmask. Vielleicht ist ja bei der Goldmask. Ich glaube wohl nicht, aber. Wo könnte sie denn hingehen? Sie sucht den Wahnsinn. Wo haben wir den Wahnsinn gefunden? Ach so, ah man. Man immer unter der Erdbrücke spawnt. Äh, ist jetzt schon wieder Tag oder ist das Nacht? Das ist super hell. Aber ich glaube, es ist noch Nacht. Aber nur die Helligkeit von dem Erdenbaum. Aber wo könnte es sein? Wo haben wir, also wir haben in dem Dorf halt Wahnsinn gefunden. Wer ist hier im Dorf? Vielleicht muss ich jetzt auch nochmal wieder zurückporten. Vielleicht muss ich jetzt auch einfach mal einen Cut setzen. Weil euch das vielleicht nicht so gern, so sehr juckt. Ja, da ist die Goldmask schon wieder. Wer waren wir jetzt erst vor kurzem? Ja, dann mache ich jetzt einfach mal einen Cut und gucke mal, ob ich hier irgendwas finde. Da machen wir es erstmal so. Bis gleich. Ja, Leute, ähm, ich habe jetzt ein bisschen gesucht, aber ich habe jetzt nichts gefunden. Und da ist mir noch eingefallen, dass mir jemand in den Kommentaren geschrieben hatte, dass ich hier wohl an sich auf der richtigen Spur war mit dem, ähm, mit der Geste. Aber mir der richtige Hut wohl fehlte. Also es scheint diese Geste auf jeden Fall gewesen zu sein. Das war anscheinend gar nicht mal so schlecht. Aber mein Hut ist der falsche. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was für einen Hut man nehmen könnte. Warte mal, ich lese mir das hier nochmal am besten durch. Mögliche Gelehrsamkeit den Weg erleuchten. Okay, also ich weiß noch gar nicht, haben wir den Hut schon? Das ist ja die Sache, ne? Hier so ein Magierhut vielleicht. Irgendwas, was hier so ein bisschen erleuchtet oder so. Ähm. Meten, Schimmerstein, Krone. Ja, okay, der obere Text ist immer der gleiche. Meteore. Und ich könnte natürlich jetzt alle ausprobieren, aber irgendwie möchte ich das schon irgendwie schaffen. D vielleicht? Nock, Spiegelhelm. Das hören, wählens. Hallo, Hochverräter. Das ist irgendwie uns immer noch nicht was Nütziges gewesen. Ja, so richtig erleuchten. Weiß ich nicht, die hier finde ich irgendwie dann noch eigentlich ganz cool mit den Kristallen. Aber ich glaube da irgendwie brauchen wir so einen Leuchtehelm oder sowas. Keine Ahnung. Dann glaube ich würde das eher was bringen. Aber cool sieht es auf jeden Fall aus. Und dann war das tatsächlich dieser Helm. Ob der jetzt auch funktioniert hätte. Weil der hat auch so ein Kristall auf dem Kopf. Die eigentlich alle so einen. Hat der auch einen? Ja, der hat auch einen Kristall auf dem Kopf. Und der hier? Ja, der hat eher so eine Platte auf dem Kopf. Der vielleicht nicht. Ah, ich finde so saure Hüte so cool. Äh, ja, cool. Nice. Das hat jetzt auf jeden Fall was gebracht. Und das hat tatsächlich nichts mit Weisheit zu tun gehabt. Jetzt bin ich irgendwie motiviert, das bei dem anderen Ding auch nochmal zu probieren. Obwohl ich da irgendwie jetzt keinen Plan habe. Äh, wo war denn jetzt? Was ist das denn hier? Feuer, wenn ich es kaputze. Ah, nee. Die sieht scheiße aus. Unser Hut war schon besser. Wo ist denn der nochmal? Jetzt habe ich mal unseren Hut verloren. Scheiße. Wo soll denn unser Hut sein? Der muss hier oben eigentlich doch sein, oder nicht? Wieso sehe ich den nicht? Das ist er nicht. Das ist er aber auch nicht. Sauberer Hut, das ist er. Okay, got it. So, dann wollen wir mal gucken, was es denn hier so gibt. Übrigens habe ich mir überlegt. Ähm, oh Gott. Ach so, den Ding wieder, okay. Ja, ja. Geh mal weg. Das ist natürlich auch wieder was Megalore-mäßiges, warum das Ding immer an solchen verschiedenen Orten auftaucht. Okay, jetzt einfach so ein Balkon. Ähm, da hatte ich mir überlegt, vielleicht, äh, jetzt bevor wir in die Berge gehen, ach so, das ist ein Fahrstuhl, um uns nochmal in der Hauptstadt, da in dieser Kanalisation zu versuchen. Ich meine, ich weiß, letztes Mal, als ich da drin war, habe ich dann auch gesagt, oh Gott, oh Gott, das ist viel zu schwer. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich möchte das trotzdem mal versuchen. Da ein bisschen, irgendwie müssen die Gegner ja gehen. Heimers Kanone, Heimers Hammer. Dann lasst uns halt die Kanalisation als erstes machen und versuchen, irgendwie da durchzukommen. Und dann, ähm, wenn es wirklich partout nicht geht, dann gehe ich halt da wieder weg. Und dann gehen wir doch erst in die Berge. Weil die Berge gehen auf jeden Fall auch klar. Ah, also, bis auf dieses eine Gebiet, das war zu heftig. Das ist Asus Komet, aber nicht Heimers. Das ist ein Heimers Komet. Das war doch auch so hell. Das ist der Hammer. Ach, hier oben. Okay. Eine Schimmersteinzauberei der Akademie von Raiadokaria feuert ein explosives magisches Geschoss in einem hohen Bogen ab. Durch Aufladen verstärkt ihr die Wirkung. Eine Zauberei aus Haus Heima, die dem Richter der Akademie angehören. Sie wurde entwickelt, um Konflikte gewaltsam zu lösen. Okay. Das ist schon fast das Gleiche. Er schafft ein magisches Großhammer und schmettert ihn auf den Boden. Ihr könnt mit einem weiteren Angriff nachsetzen. Ja, okay. Diesen Zauber kennen wir schon. Von den krasseren Zaubereien. Oder Zauberer. Okay, damit das Haus Heima haben wir davon schon so einen Hut. Heima, hier. Die Typen. Genau, die sind das auch, die das immer einsetzen, diesen Hammer. Das sind immer die krasseren Zauberer. Okay, ich springe jetzt hier nicht nochmal irgendwie doof runter. Das hatten wir schon. Ja, okay. Das war tatsächlich nichts Besonderes. Aber krass, ey. Also die sind schon ziemlich versteckt. Wie viel Zauberei brauchen die denn, dass sie so übel sind? Nur 25. Oha. Das ist ja eigentlich eine recht durchschnittliche Zaubererei. Da muss man das einfach nur dieses Rätsel hier lösen. Ich kann mir aber vorstellen, als richtiger Zauberer, wenn du nicht so viel auf Style legst, dann setzt du die hier auch gerne mal auf, weil die verstärken doch auch irgendwie sowas, oder? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie dachte ich, hatte ich das so im Kopf. Ich meine, bis du so einen Zaubererhut bekommst, hast du erstmal das Ding auf. Obwohl ich tatsächlich da nicht so ein Fan von bin. Nur weil, wer etwas einen guten Buff gibt, habe ich dann noch keinen Bock, das wirklich einzusetzen. Ach so. Kann mich jetzt auch direkt porten. So, äh, unter Jüdische Straße. Ja, wahrscheinlich werde ich mich gleich wieder umentscheiden, wenn ich da erstmal gegen wieder eingekämpft habe und denke so, nee, man, die sind zu strong. Aber lass uns das mal versuchen. Einfach mal ein bisschen durchhalten. Und nicht direkt wieder aufgeben. Kann ja vielleicht was werden. So, ich bin jetzt nicht im Steak-Modus. Das heißt, könnte sein, dass die mich jetzt früher hören. Aber dafür bin ich im Stärke-Modus. Der will kuscheln. Oh, nice. Das war richtig gut. Ist ja gar kein Problem. Was hast du denn, Markus? Also, das geht doch easy. Ähm, okay, so. Ich glaube, gegen den haben wir noch nie gekämpft, oder? Doch, haben wir bestimmt schon. Hier stand ich, glaube ich, schon mal drauf. Da ist auf jeden Fall ein Shortcut oder so. Ja, okay. Huch. Okay, interessant. Sollten wir das war? Wir haben auf jeden Fall keine Mana mehr. Das heißt, ich nehme mal sowas. Wir wissen auf jeden Fall, dass es dort einen Bereich gibt, wo man sich droppen lassen konnte, auch so Pipelines und sowas. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal hier rein und gucken mal, was hier war. Endlich mal neue Gefilde. Seit längerem. bewahre eine Bulli. Okay. Ja, erstmal wieder voll heilen. Okay. Aber da kann man nicht durch, ne? Ja, auch cool. Okay, der wollte mich eigentlich überraschen. Hat er jetzt aber nicht geschafft, weil ich zu langsam war. Aber der kam aus so einer Kiste raus. Das habe ich genau gesehen. Keine Ahnung, warum der hier was er in der Kiste gemacht hat. Vielleicht war der auch hinter der Kiste und hat die dann kaputt gemacht. Oh, hallo. Ja, okay. Da kriegen wir wahrscheinlich Gift einfach. Rumpfinger Medizin. Ja, da können wir aber nichts gegen machen. Also das Gift kriegen wir halt. So soll es halt sein. Oh Mist. Ich komme nicht direkt davor, aber passt schon. So, was hast du noch? Giftblüte, fünf Stück. Okay, nett. Danke. Ich setze jetzt absichtlich nicht unseren Schwertschlag ein. Oh. Obwohl der ja nützlich wäre gegen die. Aber das sind trotzdem die leichteren Gegner. Aua. Ähm. Ich möchte unseren Schwertschlag gerne für die dickeren Dinger aufbewahren. Weil dafür brauche ich die. Und nicht gegen diese hier. Die gehen echt easy weg. So, Vergiftung eben wegmachen. Achso, ich bin noch nicht tot. Giftblüte. Mirandapulver, noch mehr Giftblüten. Können wir eigentlich aus Giftblüten das wieder herstellen? Oder wie läuft das? Ups. Ach, Objekteherstellung geht gerade nicht, weil wir im Kampf sind. Okay. Ja, war ein bisschen zu früh. Ich dachte, das wäre die letzte Blume. Müssen wir uns gleich nochmal heilen. Aber das passt schon. So, jetzt aber. Wäre geiler, wenn er richtig reinstechen würde. Aber das ist richtig effektiv gegen die. Also, es macht guten, guten Schaden. So, Objekteherstellung. Ne, dafür brauchen wir keine Giftblüte. Interessant. Aber Herbar, Höhlenmus und Kopf eine große Lilie. Äh, Libelle. Nicht Lilie. Also, die Libellendinger sind die seltensten von denen. Aber wir können wahrscheinlich Giftpfeile herstellen dadurch, ne? Ah, das war das. So. Warum ist die Musik so leise bei mir? Also, ich habe die gerade kurz im Hintergrund gehört und dachte mir so, eigentlich voll geil. Äh, wo habe ich denn hier Musik? Da. Lootanzeigen. Hardtutorials aus. Hälligkeit. Gamepad habe ich. Musik. Soundeffekte am wenigsten stimmen. Ja, aber auch hoch. Und sind denn die so wenig? Man hört die Musik nur so ganz leicht im Hintergrund. Aber Musik bin ich so toll in dem Spiel. Die kommt ja sowieso nur so sporadisch vor. Dann ist das schon geil, wenn die ein bisschen präsenter ist. So, wo sind wir jetzt? Hohenbogen. Da klopft jemand gegen die Tür. Mit dem Kopf. Hier kommt doch irgendwas. Ja, genau. Und ich bin tot. Ne, doch nicht. Okay, okay. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Tschüss. Ich hoffe, ich kann nicht runterspringen, um zu sterben. Ja, das ging. Kommt ihr nach? Ich glaube nicht. Das könnte jetzt super gefährlich werden, da wieder hoch zu gehen. Leider habe ich meine Flasche nicht mehr. Ei, ei, ei. Das wird heftig. Ich hasse diese Hände. Vor allem die Großen. Die sind so strong. Also wer die ganz alleine da ist, ist okay, aber... Okay, das geht. Das geht. Da ist die Hand auch schon weg. Ist einer runtergefallen. Ja. Oh, moin. Aber wir sind auch verdammt stark. Muss man natürlich sagen. Dunkelschmiedestein 7 nochmal. Fein. Ja, dann ist ja. Ja, es ist... Schüsse zu Koordinisationskerker. Ja, ich muss hier weg. Ich muss mehr essen. Ich verweil mich mehr. Alles, was dir wichtig ist. Für Generationen zu kommen. Ich bin der Dunghäter. Eine Schürrge auf dem Leben. Wer bist du? Verlasst euer Gefängnis. Nichts sagen. Gott, irgendwie... Ja, wir sind eh auf der bösen Seite, deswegen... Verlasst euer Gefängnis. Ich bin hier lange genug. Jetzt werden wir sie wieder töten. Und sie schütteln. 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 Ich fühle mich jetzt noch schlechter, solange der mir jetzt hoffentlich keine Quest versaut, ist alles cool, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es zuckt mir schon so ein bisschen im Arm, dass ich da, dass ich doch nochmal Schlugen zuschlagen sollte und den lieber töten sollte. Ich glaube, es ist eine schlechte Idee, den freizulassen, weil der potenziell mir irgendwas versauen könnte. Ich glaube, den töten wir lieber, auch wenn ich den gesagt habe, verlasst euer Gefängnis und so weiter und bösen Weg, ja, aber wir können nicht alle Quests lösen, glaube ich zumindest. Und dann würde ich das hier vielleicht bei einem anderen Ding machen, bei einem anderen Durchlauf, dann ohne euch wohl, aber... Ja, keine Ahnung. Er ist schon echt mega grausam, ne? Er ist ausrichtig deppert, dass er seinen Kopf da die ganze Gegend haut und auch immer wieder anfängt. Ah Mist, ey, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich das jetzt machen möchte. Ah, schade. Das wird es auch nicht sein. War es das jetzt hier an der Stelle? Okay, dann war dieser Gang wirklich nur für den Dung-Eater da und der andere wird dann noch weiter tiefer reinführen, bis zu einem Boss. Ach Mensch, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt wüsste, der kann mir nichts versauen, der öffnet nur noch mehr Wege, dann ist alles cool. Aber ich kann halt jetzt nicht weggehen. Wenn ich nächstes Mal, wenn ich mich einlogge, ist der hier weg. Also ich könnte nicht mal jetzt hier, äh, keiner ausmachen und auf eure Kommentare warten. Ich muss, ich muss jetzt handeln. Und das ist so. Ja, du bist halt ein Mörder. Was soll ich sagen? Helm des Mahls, Helmer, Rüstung, Rulpen und Milos Schwert. Ist das der Name von ihm gewesen? Milos. Das könnte sogar ein Schwert sein, was für uns ganz cool ist. Weil der schien so mit Zacken versetzt zu sein. Ne, stell ich auch in Geschick. Blutverlust aber trotzdem drauf, aber ist keine Arkanenergie drauf. Äh, ein finsteres Großschwert, das aus dem Rückengrat eines Riesen gefertigt wurde, äh, reißt nun Wunden wie eine Säge und regeneriert FP beim Besiegen von Gegnern. Milos war recht klein für einen Riesen und wurde daher, äh, als unreine Missgebot verachtet. Ja, definitiv. Also das hier ist ein Rückgrat von einem ganz normalen Typen, habe ich das Gefühl. Also das ist ja nicht wirklich besonders groß. Äh, so, dann haben wir noch die Rüstung vom Dung-Eater. So, wo haben wir die denn? Hier unten, habe ich mich schon erwartet. Ein deformierter Helm, der einem Mal mit abgetrennten Hörnern ähnelt. Ah, so ein Malkopf, stimmt. Oder so ein Malköter oder sowas, keine Ahnung. Er stammt vom Dung, äh, Dungfresser und entspricht seinem Weltbild. So sieht er sich selbst. Das Herz eines Mals ohne den entsprechenden Körper, das könnte grausamer sein. Was ist, äh, was ist das noch wert, wenn der Fluch am Ende alles verschlingt? Ja, widerlich. Jedenfalls die Rüstung und auch der Typ. Bin gespannt, was das für eine Questline ist. Irgendwann werde ich die mal verfolgen und den wirklich befreien. Aber irgendwie, keine Ahnung, selbst für unsere bösen Machenschaften ist das noch ein bisschen too much. Äh, wie kann ich jetzt... Geh mal da weg, Junge. Husch. Ja, ja. Läuft er mich natürlich noch an. Komme ich überhaupt wieder raus? Weil ich bin ja hier unten eigentlich gefangen, oder? Es muss doch einen normalen Weg wieder raus geben. Eigentlich hatte ich gesagt, ja auch von da oben. Vielleicht muss ich da sogar hin. Ich habe da irgendwie einen Gang übersehen. Oh, was ist das hier da noch? Oh, das habe ich komplett übersehen gerade. Mal gucken, wo wir jetzt hinkommen. Item auf jeden Fall und ganz viele eckige Schnecken. Ja, die da oben nervt. Komm nicht runter. Okay, aber wenn die nicht runterkommt, ist alles cool. Aber spring mir bitte nicht auf den Kopf. Ach, du Scheiße. Da ist ein... kleines Tüttelchen. Da muss man aufpassen. Jetzt werden wir nicht mehr zu den Dingen gekommen. Erinnert mich sehr an Dark Souls 1 gerade. An diese Kanalisation da, wo es zum... Wie ist denn der nochmal? Den Namen gerade gar nicht drauf. Ähm. Verschandstadt geht, aber da vorne gibt es ja noch diesen Klaffdrachen. Genau, so. Wo man zum Klaffdrachen kommt, da gibt es auch diese Kanalisation und überall diese kleinen Kackgänge und diese kleinen auch Fallen, wenn man da runterfällt und dann kommt man nur bei diesen Todesdingern an. Alter, wie viele hier rumirren, ey. What the fuck, man. Aber es gibt hier weniger. Also ich hatte jetzt bisher nur eine kleine Falle, wo man runterfallen konnte. Bisher nicht mehr. Was ist denn das hier für einer? Ein Bluthund. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Ui, wir sind hier drunter. Okay. Das heißt, wir sind aber auch hier drüber. Das ist ja interessant. Wenn es da jetzt noch eine Verbindung zwischen geben würde, das wäre richtig geil. Dann würde ich es schon fast bereuen, nicht diesen Weg gegangen zu sein am Anfang. Aber guck mal. Bis auf diese, ganz am Anfang, diese richtigen Dickies, geht das bisher alles hier echt fit. Von der Schwierigkeit. Das ist wieder so ein bisschen wie beim Berg halt auch. Die ersten Gegner. Die sind richtig strong. Und dann schreist du dir erstmal ein. Und dann merkst du erst, okay, geht aber das Gebiet. Und ich dachte, das wären nämlich normale Gegner. Aber bisher nicht wieder. Okay, hier ist Holz. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Oh, es ist ein Labyrinth. Ja, okay, ein bisschen zu früh, Leute. Das müsst ihr nochmal timen. Das kriegt ihr aber gebacken. Bin ich ziemlich sicher. So, das ist das Item, oder? Nee, gar nicht. Ich dachte, hier kommen wir zu dem Bluthund. Aber nein. Wäre auch komisch. Weil das wäre noch gar kein richtiger Shortcut. Okay, kann man auch hin. Mein Gott, ey. So viele Wege. Okay. Er macht erstmal einen geilen Jump. Mist. Und ich bin nicht mal vorbereitet. Oh. Ich hatte nicht gedacht, dass er hier reinkommt. Ich sagte, hier drin bin ich safe. Scheiße. Das ist schlecht. Wir sind in seiner Umgebung, würde ich sagen. Und nicht in meiner. Ja. Ja, geht aber. Also, wir machen gut Schaden. Das muss man einfach sagen. Genug Schaden für diese Dinger. Hä? Da ist einfach noch einer. Ja, mach auch mal so einen Jump runter. Bin ja noch hier. Ah, das wären zwei geworden. Einer nach dem anderen. Kommen die hier runter. Dann ist es sogar gut gewesen, dass ich da hinten in den Gang zurückgelaufen bin. Ah, ich weiß, wo wir sind. Wir sind wieder am Anfang. Dahinter waren wir. Das sind sogar noch mal zwei. Ach du Scheiße. Okay, ich muss erstmal den Gang da hinten öffnen. Die Tür. Und dann ist es nicht mehr so wild, dass wir sterben. Also, ne. Also für euch nochmal. Hier haben wir angefangen. Da bin ich runtergesprungen. Und die hatte man nämlich schon vorher gesehen. Aber auch nur die beiden. Deswegen. Okay, kurz ein Leck. Das kann jetzt heiter werden, muss ich sagen. Also gegen ein Jahr. Nicht gegen zwei. Nice. Dass wir da noch angekommen sind. Er ist weg. So, jetzt haben wir keine Special Ability mehr. Das muss jetzt also alleine gehen. Das war schon mal die Blutung. Gehen wir mal ganz kurz weg und regenerieren Ausdauer. Schade, dass er nicht staggert gerade. Ja, nice. Nochmal. Blutung durchgehämmert. Sehr, sehr schön. Hier kommen wir sogar schon durch. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre wieder so ein... Shortcut. Okay, das ist hier wieder dieser... Alter, wie krass. What? Aber wenn es da nach oben geht. Hier sind doch überall nur Gebäude. Was ist denn das dann? Heftig. Okay, das ist ein... Okay, das ist eine riesengroße Treppe nach unten. Wie es mir scheint. Aber auch eine Doppeltreppe. Also man kann über diese Treppe niemals die der Treppe da unter erreichen. Okay, das ist alles sehr interessant hier gerade. Schmiedestein 7. Wir hatten jetzt aber noch unten eine Katalisation, einen anderen Weg. Und den würde ich gerne nochmal eben überprüfen, bevor wir uns in diesem Bereich da abtun. Ich würde noch eben wissen, was auf der anderen Seite war. Ich hoffe echt, ich überlebe das jetzt noch. Das wäre so bitter, wenn ich das jetzt hier noch... Wenn ich hier noch verrecken würde. Ich hoffe auch, dass das jetzt der einzige Weg war. Obwohl man kann jetzt immer noch droppen, ne? Also, das ist tatsächlich nicht der einzige Weg. Weil man immer noch... Wenn diese kleinen Fallen da fallen könnte. Obwohl, dann würde man wahrscheinlich jetzt hier rauskommen, wa? Da ist der Bluthund. Da ist der andere Bluthund. Okay, das ist heftig. Oh, die sind ja schwach. Das sind gar keine Bluthunde. Ist das denn einer? Nö. Das ist auch keiner. Die sehen nur so aus. So von der Statur oder wie die rumkriechen. Da war einer. Den hatten wir gesehen. Mit dem Item. Aber da kommen wir immer noch nicht ran. Aber das Ding ließ sich nicht von dieser Seite eröffnen. Sie müssen von da hinten aus kommen. Ach so, Scheiße. Naja, solche sind das, genau. Kennen wir schon. Nee, ich muss eben draufhauen. Oh oh. Nein. Ich wusste es. Obwohl solche Singer sind, ist so ein Ding nicht weit. Aber das Ding haben wir schon fast tot. Bloß keine Scheiße bauen. Also beim Spawn direkt draufhauen, ist das allerbeste bei den Dingern. Wie es mir scheint. So gut haben wir nämlich noch nie eins besiegt. Ich frage mich, ob jetzt hier die Löcher oben irgendwo drin sind. Ob man hier reinfällt. Muss ja schon fast. Kommt man denn jetzt hier rein? Ich sage jetzt hier wäre irgendwo ein Eingang. Das ist es aber nicht mal. Da geht es noch weiter. Ja, das war nicht so passend. Ja, so eher. Die zwei, die müssen wir anpeilen. Gucken wir, ob wir irgendwo nah an die zwei rankommen. Weil hier scheint sonst nichts zu sein, wa? Das wird aber ein gutes Item sein, was da beschützt wird. Alles kann ich mir nicht erklären. Ja, okay. Das würde ich jetzt aber ehrlich gesagt noch gerne in diese Folge reinbringen. Moment. Nee. Okay. Jetzt haben wir nämlich hier unten eigentlich alles geklärt. Das müssten wir uns hier eigentlich so gut umschauen können. Dass wir vielleicht versuchen jetzt nah an die zwei ranzukommen. Vielleicht da irgendwo durch ein Loch fallen. Oder so. Vielleicht falle ich gleich eh durch ein Loch, weil ich unachtsam bin. Das ist schon nah an der zwei dran. Ich würde jetzt hier einfach mal runter droppen. Mal gucken, wo ich rauskomme. Ah ja. Okay, das ist wirklich immer nur dieser Raum. Also was heißt immer? Es muss nicht unbedingt. Aber ich kann mir vorstellen, dass es oftmals der Raum ist. Wie viele Löcher haben wir gefunden? Zwei oder drei? Also zwei mindestens. Ich möchte dieses und das am Anfang. Aber vielleicht war da noch irgendwo ein Loch mal zwischen. Wo ich auch drüber gesprungen bin. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Das heißt aber auch, dass wir hier recht nahe sind. Also hier links irgendwo müssten wir hin. So, was ist das hier? Wo sind wir jetzt hier? Ist das gut? Ja, sehr schön. Jetzt sind wir hier richtig. Sehr, sehr schön. Und Steinschrittschlüssel nur. Okay, ich dachte, das wäre ja was krasseres. Weil von den Dingen haben wir tatsächlich genug und wenig Einsatzmöglichkeiten momentan. So, dann kann ich eigentlich mich wieder zurückporten, weil beim nächsten Mal gehen wir dann den anderen Weg. Beziehungsweise die Treppe vielleicht auch mal runter. Gucken wir uns da erstmal um. Bevor wir die Treppe runter, also die Leiter gehen wir dann runter, bevor wir die Treppe runter gehen. Und das ist irgendwann nochmal ein Shortcut. Aber es geht. Also die Kanalisation geht klar. Wir können vielleicht noch ein Level-Up machen. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. 97.000. Hätte ich auch mal so checken können. Wie viel sind es genau? 7.000. Ja, okay. Also genau 3.000. Nicht herstellen. Bitte einmal so. Und 3.000 hier. Das ist ja gar nichts. Von daher wäre ich genug. Wir haben sowieso recht viele Runen momentan wieder. Was mir auch ganz gut gefällt. So was wollte ich machen. Arcane-Energie. So, fein. Und dann geht es beim nächsten Mal hier weiter in die Kanalisation. Ich freue mich drauf. Macht Bock. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018